Moins sind meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video, danke sich einschalten, herzlich willkommen, checkt mal, ob euer Abo noch aktiv ist, habe in den Kommentaren ein bisschen gelesen, dass es bei einigen nicht mehr aktiv war, deswegen kontrollieren, gleichzeitig direkt die Glocke aktivieren. Wir legen direkt los, es gibt Neuigkeiten um die Situation von Wirecard und ich hatte ja gerade in der letzten Woche darüber berichtet, dass rausgekommen war, dass offensichtlich dem BND, also dem Bundesnachrichtendienst und dementsprechend natürlich auch dem Zuständigen, der da drüber sitzt, das war zu dem Zeitpunkt Angela Merkel, offensichtlich bekannt gewesen sein muss, sprechen wir es mal so aus an dieser Stelle, dass nämlich der Flüchtige von Wirecard, Jan Marsalek, in Russland sich aufhält und exakt wo und die Bild hat hier sogar von diesem Anwesen, möchte man es nennen, ein Bild, eine Luftaufnahme gemacht. So und wenn wir jetzt hier reingucken, hier wohnte der Wirecard-Betrüger, Deutsche Justins verlangt nach Bildenhüllungen Auslieferung von Jan Marsalek. Und das ist wirklich krass, also man kann ja sagen über die Bild, was man möchte, aber oftmals ist diese Zeitung eine der letzten, die wirklich investigativ vorgeht und dann solche Sachen auch veröffentlicht, wie eben um diese Situation hier. Ja und dem war gesagt, in dem Domizil hätte ich mich auch niedergelassen, aber jetzt Spaß beiseite, man muss ja sich überlegen, wie viele hunderte, vielleicht sogar noch mehr Menschen wirklich geschädigt sind durch Wirecard, was da alles abgelaufen ist. Und dann heißt es hier bei Legal Tribune Online, Wirecard-Skandal macht dem Gericht viel Arbeit, Klagewelle am Landgericht München 1. Das größte Landgericht Bayerns wird durch eine Klagewelle stark belastet. Alle rund 900 Klagen einzelner Wirecard-Anleger gegen die Wirtschaftsprüfer sind anhängig und die Zahl steigt fast täglich an. Das muss man sich halt mal überlegen, da geht es halt nicht um ein paar Euro, sondern ein paar Millionen, vielleicht sogar auch Milliardenbeträge, die irgendwo versickert, verschwunden oder sonst was sind. Wenn wir dann in den Artikel hier der Welt nochmal reingucken, der Hauptverantwortliche der Milliardenpleite des Finanzdienstleisters Wirecard, Jan Masalek, befindet sich zuverlässigen Informationen zufolge in Russland, heißt es hier. Nun hat die Staatsanwaltschaft München Auslieferungsersuchen nach Moskau geschickt. Ja, das glaube ich nicht, dass das beantwortet wird. Das wird die Situation nicht hergeben. Und wenn man in die Kommentare guckt, wird hier ganz kritisch gesagt, von einem Oliver Endpunkt, das will Scholz gar nicht, wenn der auspackt, kann Scholz sich in Russland verstecken. So rum könnte es dann ablaufen oder auch, als ob die russische Regierung ihr Faustfang gegen unseren Kanzler herausrücken würde. Lachhaft wäre das. Also das ist wirklich wie im Fernsehen. Da könnte man wirklich einen schönen Netflix-Film draus drehen, aus dieser Story, die da wohl hintersteckt. Und wir wissen ja gerade mal vielleicht ein, zwei Tropfen von diesem Ozean. Ich bin gespannt und halte euch natürlich offen. Als nächstes haben wir diese Nachricht hier aus den USA kommt. US-Notenbanker fordert drastische Erhöhung des Leitzinses. Und wir sehen, ja, das kann passieren. Und meiner Meinung nach wird es auch passieren, dass die Fed in den USA dieses Jahr den Zins mehrfach anheben wird. Betonung auf mehrfach. Und das ist US-Notenbanker James Bullard, der spricht sich nämlich hier für eine drastische Anhebung der Raten oder der Zinsen aus und sagt nämlich hier 3,5 Prozent bis zum Jahresende sollte es sein. Und die Inflation ist aktuell viel zu hoch, sagt er weiterhin, und dagegen muss vorgegangen werden. Das ist nur ein logisches Verhalten, das ist eine logische Konsequenz aus der Situation, die wir aktuell wirklich weltweit natürlich sehen, in einem oder anderen Land mehr oder weniger. Und nochmal, was passiert aber in Deutschland, speziell in der EU? Richtig, gar nichts. Man versucht das Ganze laut Merkel-Manier komplett auszusitzen und nichts zu machen, nicht zu reagieren. Aber wenn wirklich die USA vorgehen und werden das machen, werden ja sich zahlreiche Sachen hier auf dem Markt und überhaupt auf der Welt zeigen. Es wird sich zeigen, dass die Politik von Trump und auch von Biden, muss man dazu sagen, von Biden der letzten Jahre eine gute Politik war und das Land wird wieder florieren. Und wer ist der Nutznießer aus der aktuellen Situation? Das sind wieder mal die USA, das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist einfach nur unfassbar. Wir hier in Deutschland sind weiterhin der kompletten Abhängigkeit und begeben uns auch nicht raus aus dieser mit eigenen Atomkraftwerken beispielsweise, um unabhängiger zu werden. Nein, im Gegenteil, wir gehen noch hin und sagen, jo, hier noch mehr Photovoltaik und noch mehr Windräder, Wälder abholzen etc. pp. Ihr kennt die Leier mittlerweile, aber so funktioniert diese Welt nicht. Das wird nicht lange gut gehen, davon bin ich überzeugt. Ja, Freunde, bei meiner Recherche habe ich jetzt gerade noch was anderes gefunden. Hier aus dem News-Bereich haben wir einmal einen BTC-Echo-Artikel mit NFT-Sneakern beim Joggen Geld verdienen. Und beim Joggen, da werde ich hellhörig, einige von euch wissen das aus dem Ollis-Weltkanal, dass ich ja gerne joggen gehe. Und so ist es hier, dass man NFT, Non-Fungible Token, kennt ihr ja mittlerweile, virtuelle Sneaker quasi in so einer App hat, dann gemeinsam mit dieser App hier laufen geht und dadurch Coins bekommt. Und speziell geht es hier um Steppen, so heißt das ganze Ding, dieser Coin und der ist schon echt heftig explodiert in den letzten Wochen. Schade, dass ich von diesem Projekt früher nichts mitbekommen hatte, weil, wie gesagt, bei dem Projekt Joggen, da werde ich ja schnell hellhörig. Und jetzt schaut euch das mal in Zahlen an, mal ganz interessant zu gucken. Hier, gesamte Kilometer oder Meter, die gerannt wurden, Carbon-Offset, Kalorien, die verbrannt wurden und so weiter und so fort. Also es ist ein gerade sehr, sehr stark wachsendes Projekt, wie auch BTC Echo nämlich hier schreibt. Es ist einer der besten Performer des Jahres. Also ich weiß nicht, warum ich den nicht mitbekommen habe. Nix, nix, war mir nicht bekannt davon. Jetzt habe ich mir diese App mal runtergeladen, so sieht die aus. Da kann man dann halt seinen virtuellen Sneaker nehmen, dann mit irgendwie laufen. Scheint noch ein bisschen alles buggy zu sein. Aber der Kurs spricht halt für sich um ein paar tausend Prozent oder was weiß ich. Ist das Ding hier in den letzten Wochen einfach durch die Decke gegangen. Das ist halt wirklich gigantisch. Ich warte jetzt gerade auf sogenannten Activation-Code, um überhaupt erstmal die App aktivieren zu können. Also alles total kompliziert und total unnötig, wie ich auch persönlich finde. Also das kann man ja auch anders machen. Aber da ist wieder so dieser Haben-Wollen-Effekt drin. Da kommt nicht jeder rein. Da brauchst du so einen Code und so weiter. Das ist eine geschlossene Community und alles drum und dran. Aber ich halte euch ja am Laufenden. Mal gucken, wie sich dieses Projekt hier weiterentwickelt. Und das Schöne daran ist, es bestätigt mal wieder meine Meinung aus dem letzten Jahr. Das Projekt läuft nämlich hier mit dem Token auf Solana. Und Solana habe ich ja auch im letzten Jahr schon mehrfach gesagt, dass das ein ganz, ganz, ganz interessantes Projekt ist. Das grundlegende Problem wird bestimmt wieder sein, warum werde ich das nicht mitbekommen haben? Weil es zu viele Projekte sind, die gut sind, die spannend sind, die was werden können, die sich positiv entwickeln können. Weil wenn man sich überlegt, dass das ein Anreiz natürlich für viele Leute sind und bei der steigenden Fettleibigkeit, auch in Deutschland, nicht nur in anderen Ländern, dann ist das doch nur ein sinnvolles Ding, wenn man sich auf sowas konzentriert. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal unten rein. Von als nächstes ist es mal wieder ein richtiger, also richtiger Bitcoin-Wahl unterwegs. Eines, wenn nicht sogar das größte private, was man vermutet, Bitcoin-Konto ist hier aktiv geworden und hat nämlich sage und schreibe über 2800 BTC gekauft im Wert von über 117 Millionen US-Dollar. Unvorstellbare Summen. Und ich habe mir das Wallet mal angeguckt. So sieht das aus. Boah, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich führe ich mir ein bisschen ran. 123.752,54 Bitcoin sind auf diesem Wallet drauf und das ist, haltet euch fest, 5,2 Milliarden US-Dollar im Stand jetzt aktuell wert. Das ist so unfassbar krass. Eingegangen sind 195.000 Bitcoin, gesendet wurden 71.000, also da ist auch einiges los und ich dachte jetzt eigentlich, das wäre so ein älteres Wallet, aber wenn man sich die erste Historie hier mal anguckt, so was hier als erstes losgegangen ist, das ist erst aus dem Februar 2019. Ich bin ja so neugieriger Typ, ich wüsste ja zu gerne, wem das gehört, wer dahinter steckt, wer da seine Finger drin hat. Also absoluter Wahnsinn. Wenn ihr euch die Seite bitinfocharts.com mal genau anguckt, führe ich euch mal kurz hier ran. Die Blöcke sind hier natürlich komplett aufgelistet. Dann sehen wir hier den Timestamp, also die Uhrzeit und das Datum, wann was passiert ist. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass hier aber auch nochmal 1.500 BTC abgegangen sind auf dem Konto, gerade heute nämlich. Und hat jetzt noch einen Restbestand von 123.000 BTC. Wir sehen hier den aktuellen Wert in US-Dollar bei einem Preis von und sehen hier die Wertsteigerung dieses Portfolios. Und das ist einfach mal um 2,4 Milliarden gestiegen. So was geht mir nicht in den Kopf und der hat noch nicht mal so krass günstig eingekauft mit 2019. Klar, im Verhältnis natürlich schon, aber nicht, dass der jetzt 2014 oder sogar noch früher dabei war, wo teilweise für einen Dollar und für 200 Dollar gekauft wurde. Der hat angefangen zu kaufen hier im 3.000 Dollar Bereich. Klar, im Verhältnis zu heute müsste man froh sein, wenn man das getan hätte im 2019. Nichtsdestotrotz, da gibt es andere. Aber das ist Wahnsinn, Leute, 123.000 BTC, wer könnte denn dahinter stecken? Ja, erinnert euch daran, dass ich vor einigen Wochen darüber gesprochen habe, dass ihr mal Cardano ADA unbedingt auf dem Schirm haben müsst. Und jetzt heißt es nämlich hier, Wachstumsmodus, Projekte auf Cardano in einem Monat fast verdoppelt. Und da laufen wirklich zahlreiche Projekte. Und Cardano, ich bin da immer noch sehr, sehr bullisch, sehr positiv eingestellt, ist meiner Meinung nach wirklich ein ganz, ganz spannendes Projekt. Und was wir auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr häufig sehen werden. Cardano hat einen Laufschreib des BTC Echo hier. Erst vor etwa einem Monat bezifterte man die Anzahl der Projekte im Netzwerk mit 500. Inzwischen sollen es fast zweimal so viele sein. Also eine deutliche Steigerung hier auf jeden Fall zu sehen. Und das bestätigt ja nur meine Wahrnehmung auch aus den letzten Monaten und auch aus dem letzten Jahr schon einfach, dass Cardano wirklich sich sehr, sehr gut entwickelt und so ohne weiteres nicht mehr wegzudenken ist. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, mit dem Daumen nach oben signalisieren. Abonniert den Kanal gerne nochmal die Kontrolle mit dem Abo machen. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.